ja hallo und herzlich willkommen zurück zu kina bridge of spirit wir könnten wir schon können wir das schon immer diesen zeit rückwärts wir haben schon zwei wir brauchen noch zwei und wir brauchen noch ein paar roots hier nur ein paar stück ungefähr 50 ok da finden uns auch noch zwei hier hinten sie müssen hier auch irgendwo in der nähe sein können nicht so weit weg sein und schließlich müssen ja bisher hingetragen werden was hat man gesagt da ist einer dann würde ich mal sagen ok das wird sich so cool durch den busch da kommt er dann möchte ich noch ein paar mehr anpacken hier von reiner mit wunderbar gut so einen fehlt noch da ist er auch schon da kommt er lasst uns den auch noch hinstellen da kommt er und rein damit da kommt er die sowas in der art ok wunderbar gut wir laufen im kreis wir laufen im kreis bleiben wir schon da hinten ich glaube nicht ne also das mal dahinter gehen geht das yes no ok nehmen wir doch gerne oh cool ein meditationsplatz oh das ist gut das ist sehr gut perfekt und war da nicht noch irgendwie einer ganz am anfang wie wir reingekommen sind hier da gab es da nicht noch irgendwo einen da bei dem hut wagen da bei dem hut wagen nicht darauf schießen ja was ihr damit ja sehr cool kommen wir weiter ich komme nicht weiter ja das hat sich doch rentiert hier hinter zu laufen und natürlich verpassen wir den steil egal dann müssen wir so hier hinter wo war denn dieses feld ach das war gar nicht hier das war beim haus von ihm das war gar nicht hier dieses feld da unten mal was vergessen wunderbar wunderbar so what next wir haben noch zwei stück der hier ist noch mal rüber schwimmen da ist ein portal kommen wir denn da oben rauf ne 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 Okay Okay Nein Da geht's weiter Oh, da oben, guck mal Komm ich denn da rauf Verdammt Shit Okay, wir müssen schneller sein, müssen aufpassen Ich muss das an die Kante helfen Komm halt dich fest Yes Okay Oh Gott Sieben Feinde Haben sie geschafft Den anderen, die andere verfluchte, verwünschte Drohle Die schaffen wir nicht, ne? Wegen diesen einen großen Kameraden dort Den kriegen wir einfach nicht auf die Reihe In der Zeit Das hat jetzt ganz gut geklappt Okay, jetzt sind wir hier wieder Ja, hier können wir irgendwelche Der leuchtet Da hinten war doch ein Ein Stein Der hier Ich stelle ihn mal Da hin Dankeschön So, auf der anderen Seite brauchen wir auch noch einen Stein Da hinten liegt noch einer, oder? Ja, genau Und den stellen da hin Das war's schon Keine Gegner Kein Kampf Dieser Stein wurde an einem Ort der Macht errichtet Die Steine sind tief vergraben Verbunden mit dem Energiefluss unter der Erde Okay Jetzt haben wir hier so eine Träne Ah, hier hinten Guck mal Da, das hier Das könnten wir hier doch Komm mal dahin? Ja Ah, komm mal Alalalala So Dahinter mit dir Okay Okay Dann bin ich hier Ja, dann müssen wir schon fast alle mithelfen Ups Aus dem Weg Da müssen fast alle mithelfen Der ist schwer Das sonst noch was Ich hab gelesen Wenn wir die Maske aufhaben und irgendein Rutsch ist hier in der Nähe Verborgen Da muss man aber wirklich, wirklich da in der Gegend sein Ganz in der Nähe Man sieht ja die Fußspuren Okay, gut Jetzt kommen wir hier durch Schön Was bringt uns das? Okay Ah, wir können jetzt hier rüber Ah, da ist noch ein Schrein So, das heißt, wir müssen hier diese Bisse hinterbringen Das soll funktionieren? Ganz schön weit Da flutschen sie alle Oh, Leute Nein Er ist abgestürzt Ne Ey, wie soll denn das gehen? Es ist so schwer Es ist echt nicht so einfach zu steuern Wenn man beides gleichzeitig machen soll So, jetzt versuchen wir es mal Nein, du gehst voraus Du gehst voraus Nein, voraus mit dir So, du gehst es da rüber Schön Weiter So, da wartest du Komm hinterher So, weiter Yes Hat noch gereicht Okay, wunderbar War das auch Es fehlt nur noch ein Schrein So, wo war der? Dass wir jetzt nicht kämpfen mussten Finde ich ja krass Da hinten ist ein Wagen Wollen wir da schon? Hoppala Warten wir da oben schon? Ne, da waren wir noch nicht Okay Was haben wir denn hier? Wir haben hier Eine Feder neu Oh, der fehlt uns Eine Blume gibt es hier Haben wir noch nicht Oh, einen Hirsch Auch cool Maske der Geschwister Haben wir noch nicht gekauft Nehmen wir auch mit Und hier mittendrin fehlt uns einer Hier Ausverkauft Grußes Maske ist ausverkauft Der Fuchs nämlich noch mal Noch ein Hirsch Okay Okay, da können wir runterrutschen Wo ist unser letzter Schrein? Wo war der denn? Wo sind wir? Wo sind wir? Wir sind da Wir müssen rüber Da hinten rein Okay Das ist schon mal der richtige Weg Genau Da müssen wir Da hinten irgendwie Ne? Ich komme hier nicht raus Cheers Okay What next? ich höre ich hier in der uhr ticken sind auch noch zwei aber okay das war's nichts ist passiert hier essen es zeit hallo ganz viele hier gibt es mehrere abgenutzte fischer kürbel ein einfaches design aber effektiv was das was bist du maske verwenden ok das ist wie eine erinnerung oder es war eine erinnerung haben wir schon mal gehabt ich weiß es gar nicht so was machen wir jetzt mit dir hier wir haben hier 4 1 2 3 4 wir haben hier kerzen auch 4 stück 1 2 also 1 2 3 4 stück und die gehen an und noch kurze zeit wieder aus ich warte mal 1 2 3 4 1 2 3 4 probieren wir mal 1 2 3 4 hat geklappt es hat funktioniert wir sind ein genie eindeutig ok auch kein kampf auch keine gegner die kinder und taro fischten oft in diesen bächen in der stelle des waldes kann ich fast ihre stimmen hören taro und seine geschwister fühlten sich in diesen wäldern sicher du hast sie gut unterrichtet russon ok das heißt wir haben alle ach das ist die truhe ne ist diese vermaledeite truhe ok lass mal gucken 4 von 14 das ist doch lächerlich hier wird wahnsinnig wir fehlen uns da nur noch jetzt passt mal auf ich würde jetzt mal eine Stelle schauen bevor wir da hingehen ganz am Anfang wo wir reingekommen sind da meine ich auch noch einen einen ich komme gleich zu dir einen Hutwagen gesehen zu haben waren wir hier schon nee wie gesagt meine ich zumindest gesehen zu haben jetzt müssen wir nur noch wissen wo kommt man denn eigentlich rein so war das hui hallo ich bin's wieder hier war es ne hier ist immer reingekommen genau hier hinten kann man da hochgehen oh guck mal essen für euch haut rein jungs da los da ist noch einer hier mein gott hier gibt es gar nichts gibt es noch einen kleinen Rutsch irgendwo genau da kamen wir rein und da meine ich noch einen einen Meditationspunkt gesehen zu haben haben wir schon die Hände es ist so dunkel jetzt hat sich irgendwas bestellt es kam außerdem ein Update nein es kamen schon zwei Updates sich da vielleicht irgendwas bestellt von der Händigkeit die wollen wir auch noch nicht noch mal was zum essen los jungs haut rein da ist noch eine so aber hier gibt es auch keinen Rutsch so jetzt mal schauen hm wo oder täusche ich mich da da hinten ist der da waren wir schon bei dem ne bei den Hutwagen ich dachte das schreckt mich nicht so ich dachte ich habe da noch einen gesehen vielleicht täusche ich mich auch ich könnte schwören dass ich da noch irgendwo einen gesehen habe ganz am Anfang von wie wir reingekommen sind aber vielleicht täusche ich mich jetzt auch mal gucken hier das ist woanders das ist woanders na gut dann gehen wir mal so so diese Barriere das ist da hinten oder ja genau da bei den ganzen Lampions da läuft jetzt mal hin so so quatschen wir mal mit ihm dieses führt zu den Laternenhöhlen da muss ein Relikt sein aber wir werden etwas mächtiges brauchen um durchzubrechen ok das heißt wir kommen da noch nicht durch sind wir da nicht wo wir nee wir müssen hier hin Taurus Liebe müssen wir oh verdammt habe ich mich getäuscht wir müssen erst zu Taurus Liebe ok das ist auf der ganz anderen Seite war ja klar da oben waren wir schon ne ah Leute ich komme hier und hier das ist hier alles so da kommen wir nicht rauch jetzt mit Sicherheit kommen wir da nicht rauch mit Sicherheit nicht ne natürlich kommen wir da nicht rauch Taurus Liebe wir müssen zur Taurus Liebe wir müssen zur Taurus Liebe komm geh raus geh raus ich komm ja nie raus aber schönes klares Wasser hallo ich bin's wieder ich muss hier mal kurz durch ich muss hier mal kurz durch Dankeschön so Taurus Liebe hier ist es genau ach du scheiße scheiße boah schweine Backe boah hat mich schon wieder erwischt boah ganz knapp hä boah wir sind tot wir sind tatsächlich tot ok ok es geht jetzt aber schnell hier und zb schweine Backe Boah, Leute! Boah, diese Schweinebacke! Fuck! Kommt der da rein? Ja, klar, kommt der da rein! Boah, der letzte Schwung! Wie fies, hey! Haut er zweimal zu und dann noch mal kommt er hinterher! Oh mein Gott, wir kriegen die nicht platte! Boah! Wir müssen uns jetzt hinterher setzen! Wo ist die Gesundheit? Gibt ja überhaupt keine Gesundheit! Ich brauche Gesundheit! Lauf mir nicht hinterher! Lass das! Gibt es denn irgendwo Gesundheit? Ist der Ernst, oder? Er ist aber tot! Hey, warte, da gibt es ja keine Gesundheit! Da gibt es keine Gesundheit, oder? Ah, fuck! Hier gibt es keine Gesundheit! Das ist aber fies! Wir sind tot! Wir kommen gar nicht weg! Wir können doch gar nicht weg! Ey, Wahnsinn, das kann doch nicht wahr sein! Wir kommen gar nicht weg! Oh, scheiße! Woaah! Ah komm, vergiss es! Und wie war heute? Euer Tag heute so. Das ist so lächerlich. Ey, Wahnsinn, ich werde wahnsinnig. Okay, vergiss es. Vergiss es. Leck mich doch am Arsch. Leck mich fett. Das gibt es doch nicht. Ja, genau. Ja, ist ja gut. Das ist ja gut. Ey. Echt jetzt? Das ist ja gut. Das hat er gar nichts gebracht. Ja, toll. Das ist ja gut. Ich bin ja froh, dass meine Angriffe was bringen. Und wieso kann ich meine Rutsche nicht auf ihn schicken? Auf ihn schicken? Wieso geht das nicht? Ey, das gibt's doch nicht. Wieso geht das nicht? Lass mich denn. Geht das nicht. Nein! Nein, nein, nein! Oh, Gott. Leute, das war ein harter Kampf, weil es keine Gesundheit hier gibt. Hier gibt es keine Gesundheit, die man hätte nutzen können. Jesus. the und vers müsst ihr es die Wir hinterlassen Opfergaben an Wächterbäumen und bitten ihn, die zu schützen, die wir lieben. Taro hinterließ dies den Kindern. Er muss solche Angst gehabt haben, als er sie verlor. Viele der Opfergaben hier wurden von den Anführern des ersten Dorfes hinterlassen, geschickte Jäger, die Geistenergie nutzten, um mächtige Waffen zu erschaffen. Ich bin sicher, dass es den Wächterbäumen nichts ausmacht, wenn wir diese verwenden, um Taro zu helfen. Speiseopfer. Erstes entdecktes Relikt. Oh, Level 3. Oh Gott. Okay. Wow, 65 brauchen wir zum nächsten Level. Nicht schlechter Schwächt. Das sind die Waffen. Wir können aber keine nehmen, ne? Nö. Okay. Wowzi, wowzi, Leute. Das war echt heftig. Das war nicht einfach, der Typ. Vor allem, weil wir keine Lebensenergie hatten, die wir auffüllen haben können. So, ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen uns dann jetzt hier auf den Weg, wo wir vorher schon waren, zu diesem Tor. Und dort, schauen wir mal, ob wir mal reinkommen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich freue mich schon. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, es kommt nicht so ein arg schwerer Gegner, wenn überhaupt einer kommt. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss! Bis zum nächsten Mal.